Mion, weiter geht's! Nochmal Revanche gegen Cherno. Diesmal klappt's. I hope so. Jetzt weiß ich's wieder. Es war Sanae, die vorne war. Und die war Wasser und Pflanze. Mal gucken, ob da Eisattacken sehr gut wirken. Also setze ich Make als erstes ein. Blizzard, Blizzard... Hm. Beautiful war nicht, aber dafür Stylish. Gott, Gott, Make! Und ich würde sagen, ich setze jetzt direkt Marissa ein anstatt Yuka. Thunderbolt. Einfach, weil ich's kann. Level 62 für Marissa. Last Word Channel. Setzt schon direkt das eine Vieh ein? Ich glaub, das war ihr Bestes. Ja, das war ihr Bestes! Tiorno, was machst du immer? Wie ist jemand? Oh mein... Ah! Hilfe! Hilfe! Das war knapp! Boy! Hilfe! Mama! Das war knapp. Das wäre nicht gesund gewesen. Mama! So. Jetzt setze ich mal Yuka ein. Und dann... Oh. Und jetzt benutze ich die Full Restore. Stylish! Yeah! Yuka! Gut gemacht! Hey! Awesome! Ich hab's doch gesagt. Warum muss ich immer zuerst verlieren, bevor etwas auf Anhieb klappt? Aber ich hab's doch besiegt! Haha! What the fuck? How did I lose? Fine! Take the Baka Badge! Baka! 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 Nummer 3! Baka! 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 Was hast du jetzt auch zu sagen? Tja, sonst nichts mehr zu sagen... Das kleine Churne-Vie... Was hast du zu sagen? Ich glaube, du brauchst eine Brille. Ich bin nicht ein Kid. Ich bin nicht derfte Kid. Ich bin nicht mal männlich. Auch wenn es anscheinend einige immer noch nicht gerafft haben, dass ich ein Mädchen bin. Whatever. Ich bin halt so, wie ich bin. Ich klinge mehr wie ein junges Stadtmädchen. Ich weiß auch nicht. Vielleicht denken das einige so. Ich weiß es nicht. Whatever. So. Und du? Ja, das verwüstete Zimmer. Du. T-Rocket must be trying to dig their way into no good. Those miserable rockets. Look what they've done to my house. They stole the spellcard for teaching puppets how to dig holes. I was going to use it on a Chen or a Tenshi. That cost me a bundle it did. Ja, das ist echt scheiße. Hey du. Gib her, was du gestohlen hast. Hey, stay out. It's not your yard. Huh? Me? I'm an innocent by starter. Standard. Don't you believe me? Nö. David. Wie kann jemand David heißen? Oh ja, stimmt. Metal Gear Solid. Solid Snake. Der heißt original David. Und der Sprecher heißt auch David. David Hater. Witzig. Last Word Miji. Die sieht ja epic aus. Epic win. You know what? Ich setz jetzt mal Iceball ein. Und du benutzt Dragon Meteo. Ey du Barker. Manu, immer auf Magasar. Wann? Du crunchst mich? Du bist so verrückt geworden. Hm. Dann setz ich mal das da rein. Aua. Ich hätte doch Icebeam nehmen sollen. Aber nö. Ich wollte sowas machen wie bei Walzer. Immer so mehr, mehr Effekt. Mehr, mehr Effekt. Aber... Ach, leck mich doch. So. Dann... Eben anders. Ich wollte es einfach mal stylish haben. Man lässt mich aber wieder nicht. Last Word Jujuku. Schlafzimmerblick. Hoi. Jemanden, den ich töten kann. Mit Leichtigkeit. Weil wegen Geist-Typ. Aber du machst es mir auch nicht leicht. Psychosis. Willst du stoppen? Ich meine, seriously. Das ist nicht nett. Wieder eine Chen. Ex-Yugi. Aha. Interesting. Das war das Original-Sprite von der normalen Yugi. Aber das haben die jetzt zu Ex gemacht. Man. Oh. Ich fand das vorherige Sprite für Yugi viel schöner. Hm. Aber jemanden, den ich mit Psychokinese töten kann. Hey. Das ist nicht nett. Lass das. Seriously. Ähm. Willst du stoppen already? I mean, what the fuck? Muss ich erstmal Yammer rausholen, damit alles klappt oder was? Nur weil es in den Bibliothekarin ist. Stop. I give up. I'll leave quietly. Aber erst gibst du das, was du gestohlen hast. Ja, damit. Okay. I'll return the spell card I stole. Noch Zeit. I'm better get moving. Bye. Dankeschön. I'll figure what's lost is lost. I decide to teach Chen how to dig without a spell card. Okay. Schön. Jetzt darf ich aber wieder heilen gehen. Maa. Dann wäre das hier erstmal erledigt. Puh. Ich tue mal welche raussortieren. Ähm. Mal gucken. Ich tue erstmal Lucari raussortieren, auch wenn sie ganz gut ist. Und tue jetzt erstmal Tenshi rein. Also Arknine. So. Mal gucken. Ich setze mal Arkin nach vorne. Und mal sehen, wie weit wir es diesmal schaffen. So. Jetzt kann es ja endlich weitergehen. Schön. Und da haben wir wieder Mimichi. Gibt es sonst noch was im Gras? Außer Mimichi. Und außer Muriko. Anscheinend nicht. Weil es wäre schön, wenn ich nochmal andere Viecher hier treffen würde. Chen. Okay. Nett. Das versteht ihr unter anderem andere Viecher. Gut. Ah. Die Pension. Ja, ja. Die gute alte Pension. Schön. Äh. Wait a sec. Get lost, kid. You're annoying. Okay. On the ground path. Ice Lake. Dragon Palace. Oh ja, right. Jetzt wo ich ja hier fertig bin mit Ice Lake. Nächstes Ziel. Die Elektro-Arena in Dragon Palace. Da weiß man auch sofort, wer hier der Arena-Leiter ist. Ich meine, ursprünglich war das hier eine Elektro-Arena. Hat man da auch wieder übernommen. Und die Arena ist in Dragon Palace. Wer residiert im Dragon Palace? Toho-Kenner dürfen das schon wissen. So. Do you have a Chibi-Suica to trade it for my Chibi-Raymu? Was will ich mit Naremu? Äh. Hm, hm, hm. Ich bin noch nicht mal an einem Ort gelangt, wo man, ähm, Suica findet. So. Ach, wie schön. Jetzt will ich mal gucken. Gibt's ja auch sonst noch was? Außer Müsse. Gibt ja. Eine Tokiko! Ich weiß, ich weiß aus Erfahrung, dass Tokiko später richtig, richtig immer stark ist. Bei Gelegenheit versuche ich mal eine Tokiko zu fangen, aber jetzt erst mal nicht. Mal gucken. Gibt's hier sonst irgendwas? Ich guck immer noch, ähm, im neuen Gebiet, ob es was Neues gibt. Anscheinend gibt's außer Tokiko nichts Neues. Hm. Anscheinend. Oder? Oder? Na ja, dann wollen wir mal weitergehen. Ne, dich will ich erst mal ausfordern. Sunny Milk. Oh, du hast schon verloren. Ruxlight. Aki schafft sie. Aki schafft sie. Du schaffst es, Aki. Du hast Ruxlight an deiner Seite. Du bist Mega-Imber. Du bist unser Klopausen-Mensch. Du schaffst das. Und du haust dich selbst. Lass das. Und hör auf zu brennen. Das ist unawesome. So. Star. Da setze ich lieber jemand anderen ein. You know what? Ich nehm jetzt Yama. Die ist schon kurz vorm Level ab. Psychic Flash. Benutzt wieder Full Restore. Stylish. Dagegen kommt kein Schwein an. Ex-Lunar Child. Ich nehm jetzt. Nochmal. Ruxlight. Du kriegst das hin. Ruxlight. Mach den Invisible Full. Uff. Bla. Gut gemacht. Ruxlight. Yay. Gut gemacht. Ich mag dich. So. May kommt wieder nach vorn. Oh. Jemanden, denen ich ohne zu kämpfen nicht vorbeikomme. Let's see. Want to talk to me? Hab ich das gesagt? Ich glaub nicht. Ice Beam. Du spinnst doch. Menno. Yama. Hilfe. Du hast Flames Rower. Du kannst das. Das ist nicht nett gewesen. Pfui. Das war Gift, soweit ich mich erinnere. Psychic Flash ist da richtig gut. Da. Sag dich doch. This stings and couldn't beat your challenge. Fech. So. Gibt's hier sonst jemanden? Bla. Die machen hier richtig großen Umweg. Bla. Bla. Ach, nö. Kurze Pause, dann geht's weiter. Sehr geil. Bus買 an- Pasalo初έ Coach. Bem lief. Bis bald.